Maria Magdalena Channeling von Lünn Labort, Kommentar zu Lektion 76 von Ein Kurs in Wundern. Ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Schauen wir, was Magdalena dazu zu sagen hat. Ich grüße euch, Geliebte. Und versteht, Geliebte, dass in diesem Bereich der Existenz, dass es da Gesetze gibt, die die Gesetze Gottes sind. Und dann gibt es die Gesetze und Regeln, wenn ihr so wollt, die Menschen aufgestellt haben. Und die besagen, dass Papier, kleine grüne Streifen von Papier und diese kleinen Münzen, von denen gesprochen wurde. Also meine Geliebte hat darüber heute Morgen gesprochen, dass es von ihm gesprochen und geschrieben wurde. Versteht, Geliebte, versteht, dass ihr eure physischen Körper zu einer Realität gemacht habt. Und dass ihr die Regeln der Gesellschaft zu einer Realität gemacht habt für euch. Also in diesem Spiel und in dieser Struktur ist das, was ihr tun könnt, um euch weiter von der Illusion weg zu bewegen. Also es gibt etwas, was euch weiter von der Illusion weg bewegt und es gibt etwas, was euch weiter zur Illusion hin bewegt. Also wenn ihr in diese Rhetorik verwickelt werdet, was sein sollte oder was nicht sein solltet und was von euch getan werden sollte, oder von euch selbst oder von jemand anderem, dann habt ihr euch den Gesetzen der Menschen unterworfen und nicht den Gesetzen Gottes. Und das Gesetz Gottes ist nur eins. Das ist das Gesetz der Liebe. Das ist das Gesetz des Einsseins. Wenn ihr euch selbst erlaubt und wenn ihr wählt, in Übereinstimmung mit der Liebe zu sein und euren Willen, den Willen Gottes sein lasst und euer Herz wie Gott lieben lasst. Wenn ihr das lieben lasst, was Gott liebt und das ist alle Dinge. Und wenn ihr euch erlaubt, aus der Ego-Struktur herauszutreten in dieser Welt. Und wenn ihr doch auch darin involviert seid und wenn ihr glaubt, dass euer Körper real ist. Und wenn es tatsächlich ein Bedürfnis dafür gibt, in Umständen, die für euch im Äußeren liegen, die Art zu ändern, wie ihr denkt und die Art zu ändern, in der ihr fühlt. Wenn Medikamente notwendig werden, wenn Masken notwendig werden und Impfungen notwendig werden. Wenn ihr in dieser Struktur spielt mit den Auflagen des Egos auf euch über die natürliche Ordnung, dann spielt dieses Spiel tatsächlich in einer Weise, in der ihr die höchste Schwingung haben könnt. Und wenn es Zeit für euch wird, loszulassen, dann lasst los alles, von dem ihr gewusst habt, dass es real ist in eurer Welt. Und dann werdet ihr das einfacher finden. Es gibt ein Unbefriedigtsein, das auftaucht. Es taucht auf in dem, was du isst, in dem, was du trinkst. Es taucht auf mit dem, was du dich umgibst. Es taucht auf in denjenigen, die du nah an dich gelassen hast. Es taucht in dem Essen auf, das du isst, in den Handlungen, die du tust. Die Zeit, die du in der Natur verbringst. Die Zeit, die du in der Meditation verbringst. Die Zeit, die du in stillen Rückzug verbringst. Und ihr werdet wirklich erwachen, Geliebte. Und es wird nötig sein, dass ihr euch wissen lasst, ohne den Schatten eines Zweifels, durch ein Gefühl von Akzeptanz, dass alles, was ihr wirklich jemals gewünscht habt, die Rückkehr zu dem ist, wo ihr hergekommen seid. Ihr kommt aus der reinsten Quelle von Liebe und Freude. Ihr kamt aus der Schöpfung des Geistes Gottes. Und doch ist in jedem Versuch eines Wesens so zu erschaffen, wie Gott es schafft, wurdet ihr doch immer mehr und mehr eingebettet in den Ego-Geist. Wenn ihr eine Zutat vergessen habt oder weggelassen habt. Und das ist die Zutat, die am allerwichtigsten in allem ist. Und das ist die Zutat der Liebe. Also, Geliebte, findet heute das, was ihr verurteilt oder das, was ihr verflucht. Und das, was ihr mit euren Worten herabsetzt, wenn ihr sagt, das sollte nicht sein. Jemand sollte so etwas nicht tragen. Jemand sollte das nicht tun. Jemand sollte das nicht haben. Und erlaubt ihm zu sein, was es ist. Was ein neutrales Ereignis ist. Das einfach gezeichnet wurde mit eurem Pinseln. Während ihr sagt, das sollte nicht so sein, wie es ist. Geliebte, es ist, wie es ist. Und das ist so, weil es von euch gewählt wurde. Das zu erfahren. Und wenn ihr euch erlaubt, wirklich zu sehen, dass alles, was da ist, Liebe ist. Und dass alles, was ist, Licht ist. Dann werdet ihr die Wahrheit über euch selbst sehen. Und ihr werdet zu dem Verständnis kommen, dass das, worauf ihr schaut, eure eigene Schöpfung ist. Also erlaubt euch, Selbstgeliebte, vom Herz zu kommen und den Geist loszulassen und zu entfernen, der sagt, dass es anders sein sollte, als es ist. Und erlaubt euch, mit Unschuld zu malen, alles, worauf ihr schaut. Und anstatt das Bedürfnis und den tierischen Instinkt zu fühlen, der sagt, das ist falsch und das sollte nicht sein. Es ist, wie es ist, Geliebte. Und das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Und je einfacher ihr euch erlaubt, euch hinzugeben und je einfacher ihr euch erlaubt, zu akzeptieren, was ihr selbst entworfen habt und was ihr erschaffen habt, werdet ihr sehen, dass die einzigen Gesetze, die angewendet werden, Gottes Gesetze sind und nicht die Gesetze der Menschen. Diejenigen von euch, die damit Probleme haben, möchten wir bitten, wir möchten euch noch einmal bitten, einen tiefen Atemzug zu nehmen und erlaubt, den Atem Gottes euch zu atmen. Erlaubt euch, wenn ihr einatmet, zu wissen, dass Gott ist und ebenso, wenn ihr ausatmet und dass ihr seid. Und Geliebte wählt heute mit Bewusstsein, das, was ihr wählt, dass das in Übereinstimmung ist mit dem Willen Gottes und dem Herzen Gottes und der Liebe Gottes. Oder wollt ihr wählen, in Übereinstimmung mit dem Willen des Egos zu sein, das sagt, das ist falsch und das ist falsch und das sollte nicht so sein, wie es ist. Und das ist es, wo ihr Probleme bekommt. Und es gibt keine Probleme, Geliebte. Es gibt nur Liebe. Wir kommen heute zu euch, um zu sagen, wenn ihr euch selbst erlaubt, euch zu erinnern, und es ist tatsächlich ein Erlauben der Erinnerung, dann wisst, dass ihr nicht allein seid in dieser Bemühung. Wisst, dass ich und andere hier sind, um euch zu unterstützen. Wenn ihr die Vielzahl der Wesen verstehen würdet, die ihre Aufmerksamkeit auf euch haben, auf eurer Reise und Evolution und Transformation, auf eurer Reise des Erinnerns und was die Wahrheit von euch ist, dann würdet ihr euch niemals wieder allein fühlen und ihr würdet euch niemals wieder verloren fühlen. Geliebte, wenn ihr wüsstet, dass ihr von Liebe umgeben seid und nur von Liebe und wenn ihr dann damit fortfahrt, diese Spiele zu spielen, erlaubt euch selbst uns, um Hilfe zu bitten. Und es wird euch erlauben, das zu tun, was Balance bringt und was Liebe und Frieden zu euch bringt. Lasst das, was in euch ist, das sein, was im Außen ist. Erlaubt, dass es da eine Übereinstimmung gibt. Denn was ihr denkt und was ihr fühlt und was ihr wisst und was ihr sprecht, wenn das in Übereinstimmung mit dem Göttlichen ist, dann werdet ihr dort euren Fried finden. Und hier werdet ihr euren Trost finden. Schaut durch die Augen der Unschuld, Geliebte, auf alle Wesen. Und am allerwichtigsten schaut auf euch selbst mit den Augen der Unschuld. Und vergebt rasch und breitflächig und schnell und tief, Geliebte. Ihr wisst, dass wir in allen Dingen bei euch sind. Alles, was ihr braucht und zu tun habt, ist zu fragen und wir sind bei euch. Ruft uns an. Erlaubt uns an eurer Seite zu stehen. Mit euch in allen Dingen. Und wenn ihr vergesst, dann wendet euch aneinander. Streckt euch aus um Hilfe oder reicht hinaus um Hilfe. Bitte, dass euer Wille der des Schöpfers ist. Und dann werdet ihr bemerken, wie ihr auf einer ruhigen See segelt. Wenn ihr verlangt, dass euer Wille ausgeübt wird, dann werdet ihr erleben, dass die Dinge etwas rauer werden. Nicht wahr? Unsere Liebe und unser Segen geht immer mit euch, Geliebte. Am Ende, so wie es am Anfang war, werden alle zum Licht zurückkehren und das eine Licht in die eine Wahrheit. Also genießt eure Reise, Geliebte. Wir sind bereit, euch zu Hause willkommen zu heißen, wenn ihr bereit seid, zurückzukehren. Unser Segen ist immer auf euch und wir werden wieder mit euch sprechen.